Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde E-LFC 25. So, und heute spielen wir mal eine Champions League Runde. Keine Ahnung. Ja, wir machen weiter. Ich hab gerade nur an irgendwas gedacht. Let's go. Villa-Park. Okay. Let's go. Ja, schieß doch nicht in seine Füße. Wir haben so eben nie Wurzpunkte erhalten, Junge. Nein. Boah. Geh weg. Aua. Ich hab ihn einfach umgetackelt. Okay, okay, okay. Boah, dieser Schuss, Alter. Mann. Jetzt aber. Quats. 1 0 ich wieder musste kurz erledigen zeit lang so wir haben jetzt 1 0 geschossen glaube ich nicht warum leckt jetzt das so das ist ein faul junge er hat mich komplett in die keine ahnung was gedreht hallo okay so weil ich habe aktuell keine ahnung warum das hier so umhängt war nur 50 sekunden weg da ist jetzt geklaut ja kommen ja so ein hund sorry leute war nicht fand ich so gemein na jetzt jetzt aber ja sorry du bist schneller als jesus egal wir sind mit 9,0 das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht ach ich muss doppel pässe machen hallo schieß hallo schießt 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 nicht triffst, bist du ein behinderndes Stück Scheiße. Er ist ein behinderndes Stück Scheiße, tatsächlich. Okay, so. Okay, schieß, schieß, schieß zu mir. Junge, du sollst zu mir schießen. Warum habe ich denn keine Ausdauer mehr? Hell, nah. Genau, deswegen spiele ich lieber Manager-Karriere anstatt Profi. Ja, Bruder, er geht in meine Beine rein, Alter. Nee, ich komme da nicht durch, es geht nicht. Es geht nicht, man kommt da nicht durch. Kommst du ja nicht durch. Gut, müssen wir noch weiter spielen, gell? So, ein bisschen für die Statistik. So, ein bisschen Doppelpässe. Wie ist das? Schieß bitte nicht zu mir. Diesmal nicht. Batz, Digi. 2-0. 10,0 sind wir jetzt. So läuft der Hase, Leute. So läuft es. Sack, Digi. Let's go. Ähm, ja. Wir haben es verstanden, dass ich ein Tor geschehen habe. Jo. Er hat noch geholten, Digi. Let's go. Das ist leider Ecke für die Vollpfosten. So, jetzt renne ich einfach nach vorne, als wäre ich keine Ahnung wer. Mein Ausdauer geht weg, mein Ausdauer geht weg, mein Ausdauer geht weg. Ja. Das lag an der Ausdauer, meine Freunde. Boah, ich hatte den fast. Gut, wir sollten jetzt mehr passen. Digga. Digga, schieß doch zu mir. Bist du geistig eingeschränkt? Hey, das ist echt nervig, dass es so rumhängt. Vor allem kann ich nicht mal was machen, weil es eine Übertragung ist. Ja, natürlich kommst du da an den Ball, ne? So. 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 Batsch, Digga, 3.0 3er-Pack für den Stano Gaming, also für mich, das schmeckt Das lässt sich sehen, ich glaube, ich lasse mich jetzt auch auswechseln, oder? Ah, komm, ich bin einfach weiter Boah, fast seine Beine weggesät Boah, das hier immer so ewig war, um zu schießen Logisch, dass dann ein Ball weggeht Hä? Digga, was sind das für Bots hier in diesem Spiel? Digga, ich tue hier Dingsen Der schießt nicht zu mir Das ist nicht mein Problem Auf jeden Fall, ich habe nicht gefoult, sondern irgendein anderer Palmino BAM! Und wir haben das Ding gewonnen Das ist doch geil Ein Null, Alter Es schmeckt Oh, ich bin auch komplett full Äh, full Aufgabe abgelaufen, hä? Nein, ich will noch nicht beten Was willst du? So Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob das funktioniert hat Gucken wir mal Äh, nö Völkreiche Doppelbässe Hä? Da hat sich gar nichts geändert Warum nicht? Goldenen Schuhgewinn Ah, ja Aber Doppelbässe Hä? Ich habe doch gemacht Doppelbässe Du, du Depp Egal, Leute Anscheinend doch nicht Ich habe EPN nur ohne Speichern gedrückt Äh Leute, egal Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da Schaut außerdem auf meinem Discord-Dollar vorbei Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Aktiviert die Glocke Damit ihr kein Video mehr verpasst Hatten doch mal Tag Haut rein, Leute Euer Sano Ciao, ciao Auf den Nusskat 7 Stunden trenn Ich würde 1000 Kilometer auf mich nehmen Durch die Tiefsee würde ich tauchen Und den höchsten Berge klemmen Würden Marathon laufen Nur um heute Nacht in deinen Namen zu pennen Oh, oh, oh In deinen Namen zu pennen Oh, oh, oh Durch die Tiefsee würde ich tauchen Und den höchsten Berg erklimmen Würden Marathon laufen Nur um heute Nacht in deinen Namen zu pennen Ich würde mir ehrlich sagen um hat Und das geht euch nicht huh DTer balance ein